Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen heute zur Brisant-Sendung. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Der Tag wird begleitet von einer traurigen Nachricht, heute von einem immer so fröhlichen. Oleg Popov, der große Clown, ist gestorben mit 86 auf Tour. Wir wollen noch mal mit ihm lachen. Das machen wir später bei uns hier in der Sendung. Jetzt schauen wir aber erst einmal auf dieses Haus. Es geht heute durch die Medien. Es hat sich hier Dramatisches ereignet. Ein Rentner-Ehepaar wurde in der eigenen Wohnung brutal niedergestochen. Nachbarn sollen noch die Schreie gehört haben. Und es gibt bereits einen Verdächtigen, der soll aus der eigenen Familie kommen. Es geht heute auch noch mal um die Übergriffe in der Silvesternacht. Nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Städten wie in Hamburg. Damals meldeten sich ja hunderte Frauen, die Angaben sexuell belästigt worden zu sein. Und daraufhin forderten Öffentlichkeit und Politik, das muss aufgeklärt werden. Und zwar sehr schnell. Auch in Hamburg gab es jetzt dazu einen Prozess. Doch er endete mit Freispruch. Und interessant ist das, was die Richterin dann zur Begründung gesagt hat. Und auch wir wollen heute an ihn denken. Endlich können wir mal wieder über einen richtigen Clown berichten, der mit seiner Maske Freude schenken wollte. Und bis ins hohe Alter von 86 Jahren hat Oleg Popov das getan. Jetzt ist er gestorben. Auf Tournee, wie er das immer wollte. Dieser berühmte Sketch von ihm, der zeigt ganz schön, was er so gut konnte. Seinem Publikum einen besonderen Moment schenken. Und wenn er versuchte, dabei das Licht einzufangen. Nicht um es selbst zu behalten, sondern um es seinen Zuschauern dann wiederum zu schenken. Mit Klamauk hatte das bei ihm nichts zu tun. Er war ein nachdenklicher, ein kluger Mann. Und hinter dieser roten Nase steckte bei ihm eben noch sehr viel mehr. Ein toller Mensch, ein toller Clown. Was für ein schönes Bild zum Abschluss. Erinnern Sie sich noch an Problembär Bruno in Bayern. Das war der Bär, der über Wochen gejagt wurde, weil er Schafe angefallen hatte und einen Bauern bedroht. Und er endete dann ausgestopft in einem Museum im Hunsrück. Da hat man jetzt auch mit einem Problem Tier es zu tun. Es ist ein wild gewordener Hirsch. Das Tier hat eine Wanderin in einer Gruppe angefallen und schwer verletzt. Und wie immer fragt man sich danach, was ist mit diesem Tier los. Es gibt sogar ein Phantombild gemalt von einem Kind, das alles beobachtet hat. Wir haben noch mal Nachrichten. Jetzt in Berlin wurde ein Mann unter Terrorverdacht festgenommen. In Berliner Sicherheitskreisen ist man froh über diese Nachricht heute. Auch der Bundesinnenminister hat sich dazu jetzt eingeschaltet. Nachdem wir diese Woche berichtet haben, dass anonymisierte Daten im Internet verkauft werden und rekonstruiert werden können, heißt das, was sie da im Internet gemacht haben, was angeblich geheim war, gar nicht so geheim ist, kommt jetzt noch heraus, dass das auch mit Daten von hohen Politikern geschehen ist. Intime Details unter anderem von grünen Politikerin Valerie Wilms. Spionage im Netz. Mehr dazu heute bei Panorama 21.45 Uhr beginnt die Sendung. Und jetzt schauen wir auf die Prominenz. Früher wäre ihre Liebe ein Skandal gewesen. Prinz Harry und seine angeblich neue Freundin. Jetzt mehr. Ja, wenn es denn stimmt. Und die Gerüchte wahr sind, ist Prinz Harry gerade frisch verliebt. Er teilt, das muss man dazu sagen, seine Freundin doch äußerst ungern mit der Öffentlichkeit. Aber nun hat die Dame selbst, wie zur Bestätigung der Gerüchte, gesagt, sie sei gerade das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt. Ja, ob das wohl an Harry liegt? Wir stellen Ihnen die Dame mal vor, die übrigens auch Prinz William ganz gut gefallen könnte. Die Tatsache, dass sie wahrscheinlich bereits geschieden ist, gut, früher wäre das ein großer Skandal gewesen. Aber heute sind auch die Royals lockerer. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und haben jetzt noch mehr News aus dem britischen Königshaus. Prinz Philipp, der fröhliche Ehemann der berühmten Queen, ist trotz seines hohen Alters topfit, dank regelmäßigen Drillsporttraining, wie er übrigens sehr gern verrät. Sehr zur Freude der meisten Briten ist Prinz Philipp nicht ganz so redefaul wie die Queen. Er nennt sich selbst erfahrensten Gedenktafel-Enthüller und sagt gern, was er denkt. Auch wenn er damit immer mal wieder Schlagzeilen macht. Wie jetzt erst wieder. Ja, was für eine stolze Leistung auch als Ehepaar. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Wer französische Chansons mag, der kennt natürlich Patricia Kahrs. 19 Mio. verkaufte Platten. Was für eine Zahl. Auf der ganzen Welt hören Menschen ihre Musik. Sieg 2012, da kam ihre Autobiografie. In den vergangenen zwei Jahren, da war es dann sehr viel stiller um sie. Sie hat uns im Interview in München, da haben wir sie getroffen, verraten, warum das so war. Und auch, wie sehr ihr Sicherheitsgefühl gelitten hat durch die Anschläge von Paris, ihrer Wahlheimat. Das hat sie sehr getroffen. Auch darüber singt sie auf ihrem neuen Album. Und jetzt hören wir mal rein. Der Trend geht bei der Prominenz ja inzwischen zum Zweitjob und bei Til Schweiger zum Großunternehmer. Er verkauft Mode, Möbel und jetzt hat er auch noch sein eigenes Restaurant. Große Eröffnungsparty war gestern Abend. Kumpel Udo Lindenberg war auch da. Und dem hat es da so gut gefallen, dass er gleich mal seine Schuhe ausgezogen hat. Und es gibt sogar ein eigenes Bier in diesem Restaurant. Und wie heißt es? Til Schweiger und Pilz macht, klar, Tilz. Ja, aber offenbar kann der Mann nicht nur Tatort, sondern auch kochen. Jörg Pilawa, der könnte jetzt auch einen Film drehen. Der hat heute eine toppe Besetzung in der Sendung. Sinterberger und Heiner Lauterbach. Beide sind da jetzt im Quiz-Duell. Da wünschen wir Ihnen viel Spaß. Und wir sind morgen wieder da, 17.15 Uhr. Einen guten Abend. Tschüss. Einen guten Abend.